Wenn dir bei deinen Beschwerden noch keiner helfen konnte, weder ein Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Osteopath und was es nicht alles gibt. Das heißt, du rennst seit Jahren von A zu B zu C zu D und E und keiner konnte dir helfen, dann bist wahrscheinlich du der Einzige, der dir helfen kann. Und weißt du, was dazu gehört? Da gehört in erster Linie zu, ein normales Gewicht zu haben. Auch wenn du das jetzt nicht gerne hören wirst, aber wenn du Übergewicht hast, dann ist der erste Schritt, das Gewicht zu reduzieren. Weil jedes Kilo weniger bis zum Idealgewicht nimmt dein Körper dankbar auf. Dann gehört dazu Flüssigkeit. Dein Körper braucht jeden Tag 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht an Flüssigkeit. Wenn er das nicht hat, dann müssen Strukturen im Körper einfach darunter leiden. Und wenn du dann Beweglich, beziehungsweise Beweglichkeit forderst von deinem Körper an Strukturen, die nicht richtig gesaftet sind, dann kommt es zu Verletzungen. Und dann kommt es auch zu anderen Erkrankungen. So, dann brauchst du Bewegung. Du brauchst ein Krafttraining. Du brauchst körperliche Aktivität haben. Und wenn du die nicht hast im täglichen Leben und dazu gehört es nicht, von Amtsstube 1 zu Amtsstube 2 zu gehen und da auch mal ein paar Akten hin und her zu transportieren, sondern dazu gehört wirklich täglich eine gewisse harte körperliche Arbeit, die ist unumgänglich, um unser Knochen- und muskuläres Bewegungssystem aufrecht zu erhalten bis ins hohe Alter. Wenn du dann einen Vitamin D3-Wert von unter 30 hast, dann darfst du dich nicht wundern, weil wir haben alle in Deutschland, fast alle, die kein Vitamin D zu uns nehmen, einen Vitamin D3-Mangel. Und den solltest du ausgleichen, möglichst über 70 Nanogramm pro Milliliter. Und wenn du diese Geschichten, Bewegung, Flüssigkeit, Krafttraining, Vitamin D3 und dann noch deinen Zucker- und Weizenkonsum reduzierst, stattdessen etwas mehr Gemüse und etwas weniger Fleisch und tierische Produkte zu dir zu nehmen. Das sind die Sachen, die wissen wir ja alle. Das sind ja keine Geheimnisse. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Gemüse richtig, richtig gesund ist. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Fleisch leider schädlich ist. Deswegen soll man ja auch nur einmal in der Woche Fleisch essen und Wurst möglichst gar nicht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Bewegungsmangel schlecht fürs Herz-Kreislauf-System ist. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir in Deutschland in der Regel einen Vitamin D3-Wert von deutlich unter 30 Nanogramm pro Milliliter haben. Das sind alles keine Geheimnisse. Das erfahren wir aber leider nicht im Werbefernsehen. Im Werbefernsehen erfahren wir, dass wir Schokolade und, 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 und. Ja, von daher hoffe ich, dass dir dieses Video ein bisschen geholfen hat, zu verstehen, warum dir manche Therapien oder alle Therapien bisher gar nicht geholfen haben. Weil ich kann einen Flüssigkeitsmangel nicht wegspritzen oder quaddeln. Da nützt es mir auch nichts, wenn mir mein Osteopath die Leber von rechts nach links schiebt, wenn ich zu wenig Flüssigkeit und wenn ich zu wenig Bewegung habe. Wir brauchen nämlich Bewegung. Unsere Organe brauchen Bewegung. Unser Zwerchfell geht bei jeder Ein- und Ausatmung hoch und runter und walkt unsere Verdauungsorgane dadurch durch. Damit haben wir einen intakten Stoffwechsel. Herz-Kreislauf-System funktioniert, Verdauung funktioniert. Das alles nur durch ordentlich aus der Puste kommen. In Form von Krafttraining oder Ausdauertraining. Wobei Krafttraining deutlich effektiver ist, um gesund und munter uralt zu werden. Oder so alt wie möglich. Ich drücke dir die Daumen, dass du den Sprung schaffst. Und wenn du zu den ganz, ganz wenigen gehörst, die ein Idealgewicht haben, die genug Flüssigkeit zu sich nehmen, die Sport treiben, wenn du einen guten D3-Wert hast, die Ernährung gut ist und du hast dann noch Probleme, dann bist du leider eine Ausnahme. Ja, aber 99% derer, die Beschwerden haben, sind keine Ausnahme. Und da möchte ich dich jetzt hier unter uns, das bleibt ja unter uns, dieses Video, möchte ich dir sagen, nimm 10 Kilo ab. Fang heute noch an zu trinken. 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Fang an, Krafttraining zu machen. Entweder zu Hause mit der Aldi-Tüte, wie auch immer. Es gibt unendlich viele Übungen bei YouTube. Oder du gehst in die Muckibude und kümmer dich um einen guten Vitamin D3-Wert von über 70 Nanogramm pro Milliliter. Und wenn es dir dann noch gelingt, etwas mehr Gemüse und etwas weniger Fleisch, dann ist das richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich sag's keinem weiter, es bleibt unter uns. Lass es dir gut gehen. Lass es dir gut gehen. Lass es dir gut gehen.